Servus Leute, hier ist der Steve, ich bin der Pisten-Checker. Heute bin ich von Mühlbach gerade Richtung Bernden unterwegs. Im April kommt der Schnee-Numberzug und die Sonne kommt auch gerade aus. Also ideale Temperaturen und Bedingungen und ich möchte euch darauf hinweisen, dass wir am 11. den Natron-Boot zusperren. Das heißt, ihr müsst von Maria Alm nochmal zum A-Berg mit dem Bus fahren oder mit dem Auto, das geht natürlich auch. Und wir haben überall am Berg Osternester verteilt, da könnt ihr euch was aussuchen, die werden jeden Tag befüllt. Und jetzt werden einmal geredet, jetzt können wir Skifahren. Viel Spaß! Socases Kilo Bis zum nächsten Mal.